Wir befinden uns im Venusjahr. Wir befinden uns astrologisch gesehen im Venusjahr. Das Fischezeitalter ist beendet, jetzt sind wir im Wassermann-Zeitalter. Das heißt, der Planet Wassermann ist nicht mehr an die Erde gerückt, der Planet Neptun ist ein bisschen rausgegangen. Jetzt sind wir ja im Wassermann-Zeitalter, im uranischen Zeitalter Uranus. Uranus war Christus Kolumbus. Was passiert? Was hat Christus Kolumbus gemacht? Er wollte nach Indien und landet in Amerika oder umgedreht. Wissenschaftlich gesehen hat die Schumann-Frequenz sich verändert. Wenn man im Guckel guckt, auf der wissenschaftlichen Ebene, das Erdenresonanzprinzip Schumann-Frequenz, der Erde stand bei 7,83. Das andere Bewusstsein ist die 8 Hertz, der Alpha-Zustand. Wir haben diese Bewusstseinserweiterung, Schumann-Resonanzfeld zu nehmen. Im Venusjahr geht es darum, dass wir ins Hier und Jetzt gehen, in die Hingabe, dass die weibliche Qualität steigt, das Globale, dass männlich und weiblich wieder zusammenkommen. Das heißt, wir leben ja Mikrokosmos, Makrokosmos. Hermische Gesetze, innen wie außen, außen wie innen, oben wie unten, unten wie oben. Wenn ich in Eigenliebe bin, bin ich frei von Schuldzuweisung. Ich tyrannisiere den anderen nicht mehr. Ich spreche mich selbst nicht schuldig, gucke nach mir. Höre auf zu... Stopp! Bei der Eigenliebe, dass man sich auch vielleicht ein bisschen schöne Musik anmacht, die Hände vorher einkriegt und so. Ja. Also hopefully, da wir die Hände in der Mehrheit zu hemoszyieren. Ich schwaal mir etwasनuter. Das ist schon vor. Das ist schon vor. Manchmal habe ich in der차 southeast Verschreifung. Vielen Dank.